Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Trotz der hohen Wohnraumnachfrage stehen in Deutschland viele Wohnungen leer. Nach Erhebungen des Zensus waren es zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 1,9 Millionen Wohnungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt wurden. Das entspricht einer Leerstandsquote von 4,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt laut der Deutschen Presseagentur berichtet. Über die Hälfte der Immobilien, genau 55 Prozent, wurde seit mehr als einem Jahr nicht mehr bewohnt. Nur etwas mehr als ein Drittel der leeren Wohnungen, genau 38 Prozent, war in den nächsten drei Monaten bezugsfertig. In den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin waren die jeweiligen Anteile dieser schnell verfügbaren Wohnungen mit 52 bis 61 Prozent deutlich höher. Für fast jede vierte leere Wohnung waren Baumaßnahmen oder Sanierungen geplant. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.